Als erstes öffnet ihr Final Cut auf eurem Schnittlaptop oder an einem der iMacs an den Schnittplätzen. Das Icon hierfür findet ihr im Dock. Nachdem das Programm gestartet ist, wählt ihr oben mit der Maus auf Ablage, dann Neu und dann Mediathek aus. Im nächsten Fenster wählt ihr unten eure SSD-Festplatte aus und gebt eurer Mediathek einen aussagekräftigen Namen entsprechend eures Projekts. Anschließend wählt ihr erneut Ablage und dann Neu und wählt Projekt aus. Nun gebt ihr dem Projekt den gleichen Namen wie der Mediathek. Achtet bitte darauf, dass bei Video die Bezeichnung 1080p HD als Format, 1920x1080 als Auflösung und 60p als Framerate ausgewählt ist. Des Weiteren bei Rendern als Codec Apple ProRes 422 und bei Audio, Stereo und 48kHz. Jetzt steckt ihr die SD-Karte aus der Kamera in den SD-Karten-Slot. Meist öffnet sich sofort ein Import-Fenster, in dem direkt die Videoclips erscheinen. Warten bis die ganze Karte gelesen ist, bevor importiert wird. Jetzt klickt ihr auf Alle importieren oder wählt nur gewisse Clips mit CMD oder Command und der linken Maustaste aus und klickt auf Auswahl importieren bzw. Alle importieren. Um alle Clips über die Tastatur auszuwählen, drückt ihr Command oder CMD und A. Nun werden die Clips in eure Mediathek importiert. Den Fortschritt könnt ihr verfolgen, indem ihr oben links auf das kleine Torten-Symbol in der Funktionsleiste klickt oder über CMD plus 9. Die SD-Karte erst nach vollständigem Importieren aus dem SD-Karten-Slot entfernen. Die Clips werden zwar sofort in Final Cut als Thumbnail angezeigt, sind aber nicht immer sofort vollständig importiert. Sind alle Clips vollständig importiert, werft die SD-Karte sicher aus. Nun könnt ihr vorab euer Rohmaterial in unterschiedliche Ordner einteilen. Das Sortieren des Materials hilft euch später, die benötigten Clips schneller zu finden. Die Ordner erstellt ihr, indem ihr Ablage, Neu und dann Ereignis auswählt. Bei einem klassischen Campus-TV-Beitrag kann dies in etwa so aussehen. Rohmaterial, erstens Interviews, zweitens Schnittbilder, drittens Spezielles. Per Drag & Drop könnt ihr die Clips nun in die jeweiligen Ereignisse ziehen. Jetzt seid ihr bereit loszulegen. Als allererstes solltet ihr euer Material sichten. Die einzelnen Clips sind chronologisch geordnet und nach dem Datum sortiert. Zum Sichten des Materials bewegt ihr den Mauszeiger auf den Start des ersten Clips und drückt die Leertaste. Jetzt wird die Sequenz abgespielt. Ihr könnt alternativ auch den Mauszeiger über die einzelnen Clips vor und zurück bewegen. So verschafft ihr euch einen guten Überblick über das Material. Zusätzlich könnt ihr auch Favoriten benennen, die dann in der Dateileiste links unter intelligente Sammlungen Favoriten abgelegt werden. Hierfür wählt ihr den gewünschten Clip aus und drückt einfach die Taste F. Um einen gewissen Abschnitt in einem Clip direkt zu Favoriten hinzuzufügen, geht ihr mit der Maus an die bestimmte Stelle und drückt dann I um den Beginn und O um das Ende festzulegen. Erkennen könnt ihr dies an dem gelben Rahmen, der dann im Clip markiert ist. Nun einfach F drücken und der gewählte Ausschnitt ist unter Favoriten abgelegt. Ein kleiner grüner Balken zeigt euch an, dass ihr diesen Clip zu den Favoriten hinzugefügt habt. Wenn ihr eine Stelle gefunden habt, die ihr in eurem Beitrag verwenden wollt, dann setzt ihr mit I den Startpunkt und mit O den Endpunkt des Clips. Alternativ könnt ihr Start und Ende auch mit der Maus verschieben. Diese Auswahl muss noch nicht präzise sein. Zieht den Clip nun nach unten in die Timeline. Hier entsteht euer eigentlicher Film. Bevor ihr weitere Clips in die Timeline zieht, ist es gut eine grobe Vorstellung vom fertigen Film zu haben. Mit welchem Bild soll er starten, mit was soll er enden. Folgende Clips könnt ihr an jede beliebige Stelle ziehen, also auch vor oder zwischen zwei Clips. Ihr könnt euch den bisherigen Schnitt jederzeit ansehen, indem ihr mit der Maus zum Start des Films scrollt und dann die Leertaste drückt. Einzelne oder mehrere Clips könnt ihr ganz einfach mit der Maus verschieben. In der Timeline solltet ihr die Clips nun auch präzise trimmen. Wenn ihr den Mauszeiger über den Start oder das Ende eines Clips bewegt, könnt ihr ihn verlängern oder verkürzen. Im Vorschaufenster seht ihr dann links das letzte Bild von diesem Clip und rechts das erste Bild vom nächsten Clip. So könnt ihr sehr präzise schneiden. In längeren Projekten ist es manchmal notwendig, die Timeline kleiner oder größer zu ziehen. In der Leiste unterhalb des Vorschaufensters findet ihr rechts ein Dropdown-Menü. Klickt darauf und verwendet den Regler, um die Größen der Timeline und eurer Clips beliebig anzupassen. Ihr habt jetzt die Clips geschnitten. Worum wir uns noch nicht gekümmert haben, ist der Ton. Hintergrundgeräusche sollten nicht zu laut sein, um den Sprechertext nicht zu übertönen oder zu stören. Um den Audiopegel anzeigen zu lassen, klickt ihr in der Programmleiste auf den Reiter Fenster. Wählt Im Arbeitsbereich anzeigen und aktiviert dort den Audiopegel. Rechts neben der Timeline wird der Audiopegel angezeigt. Der Pegel zeigt an, wie laut der Ton ist. Hintergrundgeräusche sollten bei etwa minus 35 dB liegen. Um die Lautstärke eines Clips anzupassen, klickt ihr auf die Linie unter dem Vorschaubild des jeweiligen Clips. Zieht diese Linie nach oben, um die Lautstärke zu erhöhen oder nach unten, um die Lautstärke zu minimieren. Wenn die Hintergrundgeräusche leiser als minus 35 sind, könnt ihr mit den Audioblenden beginnen. Wir verwenden sogenannte Kreuz- oder X-Blenden, um Geräusche von aufeinander folgenden Clips ineinander übergehen zu lassen. Der Schnitt ist dann jetzt nicht mehr hörbar, sondern nur noch sichtbar. Klickt doppelt auf die Audiospur eines Clips. Jetzt könnt ihr den Ton separat verlängern oder verkürzen. Verlängert den Ton am Ende des Clips um etwa 2-3 Sekunden und verlängert den Ton vom folgenden Clip um die gleiche Zeit in die andere Richtung. Jetzt überlappen die Tonspuren. Wenn ihr den Mauszeiger über die Audiospur bewegt, erscheint an den Ecken der Audiospur ein kleiner Regler. Zieht ihn bis zum Ende bzw. Anfang der zweiten Audiospur. Jetzt wird der Ton vom ersten Clip zum Ende hin leiser, während die Audiospur vom zweiten Clip vom Beginn an lauter wird. Der Ton geht ineinander über. Wenn ihr mit eurem ersten Schnitt zufrieden seid, ist es an der Zeit den Sprechertext hinzuzufügen. Ihr könnt den Sprechertext einfach aus dem Finder in das Final Cut Projekt ziehen. Ihr öffnet also den Finder, sucht euch eure Audiodatei heraus und zieht sie einfach in die Timeline. Die Audiospur liegt jetzt unter den Videoclips. Zieht sie an die richtige Stelle und hört euch an, ob der Text auch zu den Bildern passt. Gegebenenfalls müsst ihr die Bilder ein wenig verschieben. Die Lautstärke vom Sprechertext und vom Interview sollte deutlich höher sein als die Hintergrundgeräusche. Der Pegel sollte zwischen minus 6 und minus 2 liegen. Erhöht gegebenenfalls die Lautstärke. Bei Interviews kann es manchmal vorkommen, dass ihr über das Atmo-Mikrofon störende Nebengeräusche mit einfangt. Ist das der Fall, könnt ihr diese Spur deaktivieren, sodass nur noch das Interview-Mikrofon zu hören ist. Dafür wählt ihr den entsprechenden Clip aus und klickt mit der Maus auf das Lautstärke-Symbol im Informationsbereich rechts. Scrollt ihr nun nach unten, könnt ihr die Audio-Konfiguration ansehen. Dort werden vier Audioquellen für den ausgewählten Clip aufgelistet. Anhören könnt ihr euch die Spuren wie gewohnt mit der Leertaste. Hört euch nun die Clip separat an und macht so die störenden Audioquellen ausfindig. Habt ihr sie gefunden, könnt ihr sie mit einem Klick auf das Häkchen deaktivieren. Schaut euch das Ergebnis mehrmals an und macht Änderungen, bis ihr ganz zufrieden seid. Achtet auch auf Kleinigkeiten. Erst wenn ihr wirklich zufrieden seid, seid ihr fertig. Um den fertigen Beitrag zu exportieren, wählt ihr unter Ablage an Kompressor senden. Nach kurzer Zeit öffnet sich das Programm Kompressor. Jetzt klickt ihr hier auf hinzufügen und wählt unter Freigabedienste für Video HD 1080p aus. Als Speicherort wählt ihr unten Andere und dann eure SSD-Festplatte aus. Die Auswahl könnt ihr hier überprüfen. Mit Doppelklick auf den Dateinamen könnt ihr nun den Namen eingeben. Jetzt klickt ihr auf Stapel starten und der Beitrag wird exportiert. Dies kann einige Minuten dauern. Den Fortschritt könnt ihr hier ablesen. Ist der Beitrag exportiert, schließt ihr alle Programme und lasst die Festplatte sicher auswerfen. Nicht einfach vom Schnittrechner abziehen, da sonst Daten beschädigt werden können. Nun noch die Festplatte beim Archivar abgeben und eure Aufgabe ist damit erfüllt. Wenn ihr ein Projekt über mehrere Tage bearbeitet oder mal eine Pause einlegen wollt, könnt ihr Final Cut einfach schließen. Das Programm speichert euren Prozess automatisch. Achtet nur darauf, eure SSD-Festplatte beim Verlassen des Schnittplatzes sicher auszuwerfen. Ihr kennt jetzt die wichtigsten Funktionen von Final Cut Pro X. Mit dem was ihr jetzt gelernt habt, könnt ihr schon eure ersten Beiträge schneiden. Denkt immer daran, ihr könnt nicht viel falsch machen, solange ihr euer Rohmaterial gesichert habt. Und damit viel Spaß bei eurem ersten Projekt. Tim? 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 Top 5